guten abend und herzlich willkommen zum wetter vor acht es hat heute zum teil richtig kräftig geschneit auf dem großen aber beispielsweise da fielen 27 cm liegt im bayerischen wald in oberstdorf waren es 12 cm in der nacht und morgen kommt noch mal ordentlich schnee dazu und zwar in den mittelgebirgen so oberhalb von rund 400 metern und dann verbreitet in bayern baden württemberg und in den staulagen beispielsweise von erzgebirge oder bayerischen wald da können das 20 bis 40 zentimeter sein 5 bis 15 zentimeter sogar im flachland alpenvorland beispielsweise da sogar örtlich 30 bis 50 zentimeter in den höheren lang bis zu einem meter neuschnee bis morgen abend das heißt es wird kräftig weiter schneien im schwarzwald 20 bis 40 zentimeter auch da in den staulagen in der schnee der kommt jetzt aus nordwesten und dazu kann es auch noch schnee verwehungen geben denn sie werden es gemerkt haben vor allem nach westen und südwesten hin da pfeift ein ordentlicher wind 60 bis 80 kilometer pro stunde sind das das heißt es kann auch mal eine sturmische böhe oder sturm böhe dabei sein in den höchsten lagen da sind sogar schwere sturm böhen oder vereinzelt orkanartige böhen möglich also um die 100 kilometer pro stunde also vorsicht für alle die in höheren lagen jetzt noch mit dem auto unterwegs sind oder sein werden in der nacht und auch morgen da kann es zu behinderungen durch den schneefall kommen und natürlich auch zu glatten straßen ganz klar an sich geht es jetzt mit recht wechselhaftem wetter weiter das heißt morgen noch mal schneefall gegen nachmittag steigt die schneefallgrenze dann auf rund 800 meter es kommt nämlich wieder wärmere luft zu uns und dienstag und mittwoch also morgen und mittwoch steigen die temperaturen dann sogar örtlich wieder in den zweistelligen bereich dann kommt aber wieder ein neues tief bringt neuen regen also ein ständiges wechseln von ziemlich kühl bis zu relativ milden temperaturen und regen beziehungsweise schnee und mal im trockenen tag zwischen diesen regen gebieten jetzt in der nacht wie gesagt erst einmal noch schneefall oberhalb von rund 400 metern nach süden hin auch kräftig sonst im flachland regen und von nordwesten her locker zu mehr und mehr auf das heißt da sind dann auch mal längere trockene abschnitte möglich die temperaturen liegen morgen früh bei werten um minus drei bis minus ein grad in den höheren lagen in den mittelgebirgen sonst meist ein bis vier grad auf den inseln in der nordsee morgen vormittag geht es eben nass weiter das heißt schnee und regen kommen weiter nach süden voran und stauen sich da an den alpen hängen also da auch noch eine ganze weile dann allerdings von hessen rüber über sachsen bis nach rügen auch mal sonnige abschnitte nur noch ganz wenige schauer es kommt dann aber schon wieder neuer regen aus nordwesten im laufe des nachmittags ein ähnliches bild dichte wolkenfelder am ehesten mal aufgelockert nach nordwesten in nordseeküste schleswig holstein im süden weiterer schneefall es ist halt immer mal wieder nass und bleibt bei dichten wolken und die temperaturen steigen dann auf werte von minus ein bis plus zehn grad minus ein grad in den höheren lagen schneefallgrenze steigt der wind aber bleibt das heißt immer noch kräftige böen aus west bis südwest vor allem an der küste stark in böen kann es auch sturmisch werden und sturm böen geben in höheren lagen sieht das ähnlich aus die nächsten tage dann weiterhin ziemlich abwechslungsreich bis 11 grad am mittwoch aus südwesten kommt dann neuer regen der am donnerstag weiter nach südosten ziehen einen schönen abend wünsche ich Ihnen ein